Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins. Fotomove, heute in einer Sonderausgabe und noch einmal zum Thema Luminar aus dem Hause Skylum. In einer von mir vor rund zwei Wochen gesendeten Live-Ausgabe, in der ich mich ausführlich mit dieser Software beschäftigt habe, bin ich nämlich über einen Fehler gestolpert. Und dieser Fehler stellt sich letzten Endes als schwerwiegend heraus. Denn er kann unter ungünstigen Umständen, das will ich dazu sagen, dazu führen, dass ihr die ganze Arbeit, die ihr in eure Bilder gesteckt habt, verlieren könnt. Bei solch schwerwiegenden Fehlern und vielleicht ja auch Vorwürfen, so mag es ja auch rüberkommen, kann ich mir, bevor die eigentliche Sendung losgeht, zwei, drei Worte nicht ersparen. Das Erste, ich will hier niemandem ans Bein pinkeln. Fehler können vorkommen, auch schwere Fehler kommen vorkommen. Allerdings, das muss man dazu sagen, kommt es dann schon darauf an, wie schnell ein Softwarehaus solche Fehler tatsächlich auch behebt. Das ist ein bisschen im Moment das Problem, denn auch das sei deutlich gesagt, selbstverständlich habe ich mich schon einen Tag nach der Live-Sendung an Skylum gewandt und um Hilfe gebeten. Ich bin aber in den letzten anderthalb Wochen letzten Endes immer nur bis zur PR-Abteilung vorgedrungen, die mir dann sagten, ja, sie würden das natürlich schnell an ihren Support weiterleiten. Von denen gibt es aber bis dato keine Antwort. Vielleicht sind die da auch alle so sehr beschäftigt. Natürlich, wir haben Krisenzeiten, wir hatten Ostern. Ja, aber gar keine Antwort. Vielleicht hat man eben auch damit zu tun, dass im Moment eine große Werbekampagne läuft. Viele meiner YouTube-Kollegen sind da ja auch auf den Zug aufgesprungen und haben nochmal massiv diese Software beworben. Und genau das könnte sich jetzt in Kombination eben auch als fatal erweisen. Denn wenn genau diese Software-Version, die mir Probleme bereitet hat, jetzt auf vielen Rechnern landet, verbreitet sich eben auch dieses Problem rasant. So, bevor ich gleich das Video einspiele, in dem es darum geht, will ich deswegen auch nochmal genau sagen, um welche Version es sich bei mir handelt. Ist ja auch für die Statistik gut. Es war die Version Luminar 4.2.0, Revision 6.1.8.2. Alles Weitere werde ich jetzt im Video erklären. Es dauert ein bisschen, aber schaut es ganz an. Dann versteht ihr tatsächlich auch, wo der Hase im Pfeffer liegt und wisst am Ende tatsächlich auch, wie ihr zumindest den Fehler für die Übergangsphase, falls er noch besteht, vermeiden könnt. Viele konnten nicht genau nachvollziehen, welchen Fehler Luminar während meiner Live-Aufzeichnung eigentlich gemacht hat. Und viele haben es auch probiert, was mich sehr freut, und haben quasi den Fehler nicht reproduzieren können. Wenn wir uns mal folgendes Bild anschauen, da habe ich im Vorfeld jetzt schon mehrere recht drastische Bearbeitungen dran vorgenommen. Das heißt, Bearbeitungen, die das Bild nicht schöner machen, sondern sehr drastisch sind, damit ihr sehen könnt, was da eigentlich passiert. Dann arbeitet bei diesem Bild Luminar tatsächlich so, wie man es erwarten sollte. Das will ich jetzt erstmal kurz zeigen, um zu sehen, wie es sein sollte. Wir haben dieses Foto, gehen dann in den Bearbeiten-Modus, oben rechts. Und unten rechts befindet sich dieses kleine Uhren-Symbol, das mit Verlauf beschriftet ist. Und in diesem Verlauf sehen wir verschiedene Schritte der Bearbeitung, die ich hier vorgenommen habe. Wir sind jetzt ganz unten in dieser Liste. Das Original ist zu sehen, im unbearbeiteten Zustand. Und wir können jetzt diese einzelnen Schritte nach und nach quasi wieder abarbeiten. Manchmal dauert das etwas. Jetzt springe ich einfach wieder komplett zurück aufs Original. Jetzt gehe ich einfach mal in die Mitte der Bearbeitung. Und wieder ganz nach oben. Und wir können auch Schritt für Schritt wieder zurückgehen. Der Rechner wird ein bisschen lauter, die Lüfter drehen auf. Aber das ist das, was man von dieser Funktion erwartet. Und ich persönlich halte eine solche Funktion insbesondere in einer nicht destruktiven Software. Das heißt, die eigentlichen Dateien werden ja nicht verändert. Wir haben ja nur Datenbankschritte, die gespeichert werden, für unverzichtbar. So, stellt euch vor, ihr habt wirklich fein an einem Bild gearbeitet und wollt einfach mal ein Stückchen zurückspringen. Wollt dann vielleicht einen neuen, anderen Weg gehen. Wie auch immer. Ich hatte schon kritisch angemerkt, dass Luminar jetzt nicht sehr, sehr viele feine Möglichkeiten bietet. Wir können zum Beispiel keine Schnappschüsse machen. Es dauert alles ein bisschen. Aber das will ich jetzt gar nicht so kritisch nochmal in den Raum stellen. Das arbeitet zumindest so, wie man es erwarten würde. Man kann vorspringen, zurückspringen, in Teilschritten vor- und zurückspringen. Das konnten ja auch viele nachvollziehen und fragten mich dann eben, wo war denn das Problem? Auch ich musste erstmal schauen, woran könnte es gelegen haben. Und auf die Spur bin ich dem Ganzen gekommen, durch längere Diskussionen in verschiedenen Foren, dass nämlich schon seit Luminar 3 die Stempelbearbeitung in irgendeiner Form nicht richtig funktioniert. Das heißt, die Stempelbearbeitung lässt sich nicht wie erwartet rückgängig machen. So, das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Da verlasse ich mich einfach mal darauf, dass es da ein Problem gibt. Vielleicht eins, das gar nicht so vielen Leuten auffällt. So, aber als ich das hörte, fiel mir ein, oh, beim Vorführen, so, in diesem Live-Test, war ja einer der ersten Schritte, die ich vorgenommen habe, das Vorführen des Stempelwerkzeugs. Weil das einfach oben stand und ich habe es als erstes in einem Bild eben angewandt. Und da liegt tatsächlich der Hund begraben. Ich wähle also mal ein Bild aus, das bisher noch gar nicht bearbeitet wurde. Wir können das dann wunderbar sehen. Hier unten im Verlauf ist nichts zu sehen, außer das Originalbild oben rechts. Und da werden wir jetzt mal etwas wegstempeln. Und ich muss da mit der Begrifflichkeit aufpassen. Ich sage immer wegstempeln, weil es ja eigentlich das ist, was ich tue. Luminar nennt das radieren. An dem Bild gibt es natürlich eigentlich gar nichts weg zu radieren, weil das ist so, wie es ist. Aber es gibt natürlich Fotos, bei denen macht man das gerne. Stellt euch ein Landschaftsfoto vor, in dem halt irgendwo ein kleines rotes Auto zu sehen ist, das mich stört. Das will ich am Anfang dann eben weg radieren. Jetzt im zweiten Schritt machen wir das, was man dann tun würde, nämlich das Bild bearbeiten. Und das mache ich jetzt, wie in meinem ersten Beispiel, auch relativ drastisch. Also bearbeiten in Helligkeit, Kontrast, Schärfe etc. Ich glaube, ihr könnt schön sehen, dass sich das Bild ganz, ganz deutlich verändert hat. Und jetzt wollen wir aber wieder zurück. Jetzt ist uns das Ganze zu deutlich. Und jetzt gehen wir erneut auf den Verlauf und haben da eben jetzt die Liste all der groben Dinge, die ich verändert habe. Jetzt haben wir eben damit angefangen, zurück zum Original zu gehen. Das ist nie ein Problem und das war es auch in meiner Live-Sendung nicht. Dann habe ich einfach, um den drastischsten Vergleich zu zeigen, den oberen Bereich, weil es stapelt sich, die Bearbeitungen stapeln sich ja quasi übereinander, den oberen Bereich wieder angeklickt. Und das ist auch das, was wir erwarten, nämlich das war der letzte Bearbeitungsstand. Jetzt gehen wir aber mal Schritt für Schritt zurück. Und da kommt das Programm, wir merken, auch schon ganz schön ins Schwitzen. Und spätestens, wenn wir unten bei der Temperatur angelangt sind, sehen wir ganz, ganz deutlich, dass da etwas schief geht. Und zwar übelst schief. Noch einmal, die Lüfter an meinem Rechner drehen gerade sehr hoch. Jeder Schritt dauert eine halbe Ewigkeit. Und wir bekommen nicht das Ergebnis, das wir erwarten würden. Sondern es findet eine Art Aufaddieren der einzelnen Schritte statt. Und das ist definitiv ein grober Fehler. Das ist kein kleiner Fehler. Und die Reproduktion dieses Fehlers, auch wenn ich tatsächlich ja auch etwas suchen musste, ist aber relativ einfach. Man muss nur im ersten Schritt etwas wegradieren, danach die normale Bearbeitung machen. Und schon kommt alles durcheinander, sobald man den Verlauf benutzen möchte. Ich kann jetzt nicht jede mögliche Konstellation durchtesten. Was ist, wenn ich mittendrin was weglösche? Wird danach der Verlauf dann unbrauchbar oder auch schon davor? Das überlasse ich euch, das jetzt mal rauszufinden. Ich habe jetzt ja schon was rausgefunden, jetzt seid ihr mal an der Reihe. Aber nochmal mein Kurzfazit. Das ist wirklich ein grober Bug an einer groben Stelle. Und wenn ich das richtig nachvollziehen kann, besteht der Bug, was das Radierentool angeht, eben schon seit mehreren Programmversionen. Das ist natürlich unter dem Strich, vorsichtig ausgedrückt, gar nicht gut. Der einzige Weg daraus ist jetzt eben, wieder zurück auf das Original zu gehen. Und dann können wir auch zur letzten Bearbeitung wieder hochspringen. Das dauert dann etwas, aber die gibt es. Ich weiß aber nicht, wie lange es die gibt. Und ihr seht, ab jetzt befindet man sich auf sehr unsicherem Terrain. Und stellt euch das bitte vor. Und jetzt auch jeder engagierte Amateur, jeder eigentlich, ihr habt da eine Stunde an eurem Bild gefummelt. Ihr habt so einen Sonntagnachmittag, habt euch viel Zeit genommen, habt eine Stunde dran rumgefummelt. Und durch sowas geht dann letzten Endes was kaputt. Das ist schon sehr frustrierend. Das ist schon sehr frustrierend. Und ich sage mal, das will tatsächlich keiner. Das ist ein grober Fehler. Ja, das ist ein grober Fehler. Ich habe euch ja zum Schluss zumindest gezeigt, wie man Anfangs- und Endstand wiederherstellen kann. Aber es bleibt natürlich dabei, dass wenn man mal zur Mitte zurück will, um einen neuen Weg einzuschlagen, das dann unter Umständen sehr wahrscheinlich sogar nicht mehr geht. Was können wir also tun? Was könnt ihr tun? Ihr könnt das tun, was auch ich schon getan habe. Euch nämlich an den Support von Skylum wenden oder in deren Forum schreiben. Vielleicht mal als kleiner Randhinweis. Das war das Erste, das ich getan habe, nämlich in das Forum zu schreiben. Das ist nie veröffentlicht worden. Ich bekam zwar sehr freundliche Antwort, wie ich schon erwähnte, mit dem Hinweis, dass ich mich doch an den Support wenden soll. Aber veröffentlicht worden ist das nicht so. Ich muss es nochmal betonen, ich will niemanden ans Bein pinkeln. Fehler können vorkommen. Aber falls sich herausstellt, dass dieser Fehler jetzt die komplette Testversion, zumindest die Macintosh-Testversion betrifft, die gerade über den großen Osterwerbeblock verkauft wurden, dann haben die User da unter Umständen ein Problem. Und das sollte so schnell wie möglich behoben werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr das heute interessant fandet, ich weiß nicht, ob ihr meinen Kanal vorher schon kanntet, dann drückt doch bitte auf den Abo-Button. Hier geht es sonst gar nicht so viel um Technik. Ich rede auch viel über Fotografen und über Kunst und Inspiration. Ich mache auch Live-Sendungen. Das habe ich ja eben schon, was Luminar angeht, angedeutet. Schaut doch mal vorbei und gönnt mir einen Daumen nach oben und schreibt vor allen Dingen in die Kommentare, wie es euch ergangen ist mit der Software. Vielleicht habt ihr genau dieses Problem ja auch nicht. Ansonsten wünsche ich euch soweit alles Gute. Haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Tschüss! Musik 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 Amen.